Hallo und herzlich willkommen zur Maßtheorie Teil 2. Wir machen direkt weiter mit unseren Sigma-Algebren, wobei ich die Definition vom letzten Mal direkt wieder bringen kann. Also eine Sigma-Algebra ist nichts anderes als ein Mengensystem von Teilmengen einer gegebenen Grundmenge. Das ist letztendlich der Raum, den wir schreiben wollen. Und wenn folgende Eigenschaften gelten. Also zuerst haben wir mal leere Menge und der ganze Raum müssen auf jeden Fall in diesem Mengensystem sein. Dann muss es stabil unter Komplementbildung sein und stabil unter abzählbar vielen Vereinigungen. Und dann nennen wir das eine Sigma-Algebra. Weiterhin die Elemente dieser Sigma-Algebra werden wir kurz die messbaren Teilmengen nennen. So, nun ist leicht zu zeigen, wir nehmen uns eine beliebige Anzahl von Sigma-Algebra auf einer gegebenen Grundmenge her. Also a, i sind nun Sigma-Algebra, wobei wir i aus einer beliebigen Indexmenge herauswählen. Also hier brauchen wir keine Abzählbarkeit und nichts. Also wir haben einfach irgendeine Familie von Sigma-Algebra, die durch eine Indexmenge hier initiiert werden. Ja, aber wie viele es sind, ist hier völlig unerheblich. Die sind aber alles Sigma-Algebra auf unserem x. Ja, das ist klar, auf der gleichen Grundmenge. So, dann ist, wie gesagt, es ist leicht zu zeigen, das überlasse ich gerne euch, der Durchschnitt von all diesen Sigma-Algebren, ja, der wird natürlich im Allgemeinen kleiner werden, als ein gegebenes a, i hier, aber die Aussage ist, auch das ist wieder eine Sigma-Algebra im oberen Sinne auf x. Diese Aussage ist dann sehr hilfreich, wenn wir eine Sigma-Algebra mit gewissen Eigenschaften erhalten wollen. Also wenn wir die Eigenschaften in verschiedene a, i's packen, können wir durch den Durchschnitt erreichen, dass alle diese Eigenschaften dann letztendlich erfüllt sind. Zum Beispiel, und das wird jetzt sehr wesentlich für die nächsten Minuten hier sein, wenn wir irgendein Mengensystem nennen, also jetzt wirklich nichts mit Eigenschaften der Sigma-Algebra, sondern einfach nur als Teilmenge der Potenzmenge, ja, also irgendein Mengensystem, das aus Teilmenge von x besteht, dann können wir da mit diesem m auch eine Sigma-Algebra definieren. Und zwar genau durch diesen Durchschnitt. Also eine kleinste Sigma-Algebra existiert. Die kleinste im Sinne der Mengeninklusion. Und zwar mit der folgenden Eigenschaft. Es ist die kleinste Sigma-Algebra, die unser Mengensystem m enthält. Das heißt, unter Umständen wird das Mengensystem, was wir brauchen, größer als das m selbst. Ja, aber es wird letztendlich dann eine Sigma-Algebra. Und die Notation ist üblicherweise, wir nehmen das kleine Sigma und stecken das m hinein und erhalten dadurch diese kleinste Sigma-Algebra. Und wie ist die nun definiert? Na ja, dadurch, dass wir wissen, dass der Durchschnitt von allen Sigma-Algebraen auch wieder eine Sigma-Algebra ist, können wir einfach alle Sigma-Algebraen, und wir wissen, es gibt ja auch eine größte, nämlich die Potenzmenge selbst, also der Schnitt wird auf jeden Fall Elemente enthalten, sodass unsere Sigma-Algebra größer als unser m ist. Ja, also m ist eine Teilmenge von unserem a, aber wie gesagt, das sind alles Mengensysteme. Das sollte man nie vergessen. Das ist alles eine Menge von Teilmengen von x. Ja, wir sind also eine Stufe höher, als man es vielleicht gewohnt ist. Okay, und wir wollen, dass diese a eine Sigma-Algebra ist und m enthält. Ja, und dann nehmen wir den Durchschnitt und erhalten dann per Definitionen tatsächlich eine Sigma-Algebra, die in dem Sinne am kleinsten ist, weil bei jeder andere, die m enthält, ist größer oder gleich. Genau, also das ist die Definition, die für jedes Mengensystem eine Sigma-Algebra definiert. Vielleicht mal ein ganz kurzes Beispiel. Also wenn wir uns ein Mengensystem herausgreifen, nehmen wir jetzt mal eine ganz einfache Grundmenge, bestehend aus vier Elementen, a, b, c, d, und lassen wir uns m vorgeben als die Teilmengen, die gerade nur die Einpunktelemente enthält. Also die Teilmengen mit einem einzigen Element. Ja, das ist ein Mengensystem in der Potenzmenge, offensichtlich aber noch keine Sigma-Algebra. Und dann können wir jetzt einfach mal Sigma von m ausrechnen. Also was müssen wir erhalten, damit wir überhaupt eine Sigma-Algebra haben? Also erstmal die leere Menge muss drin sein. x selbst muss drin sein. Dadurch, dass wir auf jeden Fall größer als unser m sein wollen, ja, also m muss eine Teilmenge von a sein, brauchen wir auch unsere Elemente aus m. Also Element a, Element b als Teilmengen. So, die Sigma-Algebra hat die Eigenschaft, dass auch die Vereinigung drin ist von allen Elementen, ja, und alle, wir können jetzt nicht so viel kombinieren, die einzige Vereinigung, die hier neue Elemente generiert, ist einfach die zwei Vereinigen. Also halten wir die Teilmenge mit a und b als Element. So, aber auch die Komplimente sollen ja drin sein. Also schreibe ich das mal hier unten drunter. Kompliment von a ist einfach b, c, d. Warte mal, da mal ein Komma. Kompliment von b ist nichts anderes als a, c, d. Und Kompliment von d ist einfach c, d. Und damit haben wir unsere Teilmengen schon alle gefunden. Nämlich, wenn wir jetzt nochmal Vereinigung bilden, von denen hier, erhalten wir ja nichts Neues. Also das ist schon da enthalten und da enthalten. Vereinigung bringt nichts. Der Durchschnitt bringt uns auch nur das Element. Und mit denen vereinigt sehen wir auch, ja, erhalten wir genau wieder die Elemente zurück. Ja, also demnach ist es stabil unter unseren Eigenschaften, Schnitt, Kompliment und Vereinigung. Und dadurch natürlich auch Schnitt, das habe ich ja auch letztens gesagt. Aber Vereinigung und Kompliment reicht uns hier erstmal. Um das zu überprüfen, brauchen wir nicht noch mehr Eigenschaften reinzunehmen. Genau. Also wir können es ganz schnell überprüfen. Aber prüft bitte trotzdem nochmal nach, ob ich hier nicht ein Element vergessen habe. Aber bei der Konstruktion erhalten wir immer eine Sigma-Algebra. Ja, solange die Menge endlich ist, können wir diese Schritte einfach alle durchführen und kommen irgendwann ans Ende. Schwieriger wird es dann bei unendlichen Mengen. Und deswegen brauchen wir jetzt die folgende Definition. Hier definieren wir nun die für unsere Betrachtung am wichtigste Sigma-Algebra. Und dazu brauchen wir ganz allgemein einen topologischen Raum. Also xt sei jetzt nun ein topologischer Raum. Wer erstmal nichts damit anfangen kann, der kann sich hier auch einfach einen metrischen Raum vorstellen oder wählen. Im Prinzip reicht das meiste auch für metrische Räume aus. Aber das, was wir brauchen, ist tatsächlich nur die topologische Struktur. Denn das Einzige, was wir wissen müssen, ist, was sind offene Mengen. Ja, die Topologie sagt ja gerade, was offene Mengen sind. Im metrischen Raum können wir natürlich genauso von offenen Mengen sprechen. Und das ist, was wir letztendlich hier brauchen. Wir wollen nämlich die Sigma-Algebra wählen, die von den offenen Mengen erzeugt ist. Und das ist, was wir dann die Borelsche Sigma-Algebra auf x nennen. Also B von x abgekürzt ist nun naja, die kleinste Sigma-Algebra, die von den offenen Mengen erzeugt wird. Oder anders gesagt, in meiner Definition von oben, ja, ist die kleinste Sigma-Algebra, die m enthält. Ja, da gibt es auch eine andere Sprechweise. Dann ist Sigma m heißt, die von m erzeugte Sigma-Algebra. Wie dieses Erzeugen für endliche Mengen funktioniert, haben wir ja an diesem Beispiel hier unten schon gesehen. Aber allgemein nennen wir diesen Durchschnitt über alle Sigma-Algebern, die m als Teilmenge enthalten, nennen wir einfach die von m erzeugte Sigma-Algebra. Und so machen wir es dort unten auch. Wir sprechen von der Borelsche Sigma-Algebra b von x als die, die von den offenen Mengen erzeugte Sigma-Algebra. Das ist also genau das, was wir in topologischen Räumen beziehungsweise in metrischen Räumen ohne Probleme machen können, weil wir wissen, was die offenen Mengen sind. Und die geben uns hier eine wohl definierte Sigma-Algebra durch diesen großen Schnitt von oben. Oder anders gesagt, b von x ist jetzt definiert als diese Sigma von der Topologie. Und die Topologie enthält ja genau per Definition die offenen Mengen. Und das ist dann die Borelsche Sigma-Algebra auf unserem topologischen Raum x. Also wenn wir von der Borelsche Sigma-Algebra sprechen, dann zieht sich das immer auf eine gegebene Topologie. Auch wenn die jetzt in der Notation gar nicht mehr auftaucht. Meistens sollten die nämlich klar sein. Ansonsten müssten wir sie hier vielleicht nur dazuschreiben oder auch hier. Also sie wird einfach unterdrückt, weil meistens die gewählte Topologie klar ist, beziehungsweise andere Topologien, die man auf natürliche Art und Weise vielleicht auch wählen würde, die gleiche Sigma-Algebra erzeugen. Auch das kommt vor. Aber meistens die Topologie ist klar. Also zum Beispiel verwenden wir den RON mit seiner Standardtopologie. Also wissen wir, was offene Mengen sind, wenn wir zum Beispiel die normale metrische Struktur auf diesem wählen. Aber das werden wir jetzt in den weiteren Videos noch oft genug behandeln. Diese Borelsche Sigma-Algebra ist die, auf der wir jetzt erstmal unsere Maße für den RON definieren. Und das machen wir in weiteren Videos. Bis zum nächsten Mal.